Boom! Und ich sage herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Ich bin Julian von United in Cycling und ich nehme mir heute mal wieder die Zeit, um euch ein Update zu geben. Im Frühling haben wir uns dazu entschlossen, dass wir ein Womb of Air an Lukas vergeben. Lukas ist somit Teil unseres Sponsoring-Programms, das wir für Kinder haben. Und wir haben ein Video von seinen Eltern erhalten, wo wir sagen, wow, Respekt! Wir sind einfach hin und weg von diesem Video. Der Junge ist 10 Jahre alt und hat es wirklich drauf. Seid gespannt, lasst den Bildschirm auf und genießt die Abfahrt. Ciao! Kommissioner! Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.